Wisst ihr, das war doch perfekt. Wir waren jetzt ein bisschen random zum Start. Und wir machen jetzt random weiter. Zoink. Nicht zonk. Ich bin mal gespannt. Ich hab keine Ahnung, was mich aus diesem Spiel erwartet. Guck noch grad nebenbei, ob das Bild komplett im Bild ist. Aber ich glaube schon. So. Lost in Random. Ich hab nichts gedrückt. Guck, das ist aber alles von alleine weitergegangen. Ich muss sie akzeptieren. Wie akzeptiere ich die denn? Ah. Ich hab gar nicht gesehen, dass da ein Highlight ist unten auf Weiter und Lesen. Lost in Random ist von EA. Also Lootboxen. So. Ich würd auch mal sagen. Ich guck mal kurz. Steuerung wird mir eh wahrscheinlich gesagt. Untertitel im Hintergrund. Ja, ich hätt schon gern Untertitel. Textbox können wir auch gerne transparent machen. Text und Sprache in Deutsch. Uh. Aber es ist sehr laut, glaube ich. Ich hätt's gern ein bisschen... Oh, meine Güte. Ich mach kurz im Stream vergleichen. Also das war... Ja, wir müssen sehr dunkel für den Stream. Mal 20 zumindest. Bisher geht's von der Lautstärke. Dann mach ich's nur für mich mal ein bisschen leiser. Ah, noch ein bisschen. Machen sie mal 65 runter. Oh, die Stimme können wir so lassen. Doch. Hat er den Rest eigentlich jetzt auch angewendet? Ja. Die Soundeffekte würden alle so laut. Aber okay. Starten wir einfach ein neues Spiel und gucken mal rein. Das ist sehr laut. Was? ja text und sprache auf deutsch hol dir die würfel energie okay erst mal leise stellen das war schon sehr laut musik weil die stimmen waren zu leise ich fand den erzähler gerade richtig laut das war die stimme auf 70 ok ich glaube warum noch mehr angreifen mit zwei gewürfelt ok cool jetzt sammle ich die ein ja doch Schau! Nein! Aber das war in der Ära der Dice-Wielders. Und wie alle Ära, würde es auch zu Ende kommen. Fade into legend and mystery. Ich checke auch nichts. Aber vielleicht kommt das noch mit dem Checken. Unsere Geschichte beginnt später, in Onecroft. Ein kleines Viertel, komplett von Leuten, die niemals auf der Hand haben. Attention, Wanners! I am the Queen, and my Dark Dice will decide your fate. Random rules! See that, Bernard? You're a Sixer. Oh, wow! I'm gonna live in the Queen's Dream Palace for the rest of my- Nuh-uh, you're a Dirty Three, doomed to a life of fighting and misery. That's cheating! Well, so is having an almighty Dice-Snake-Eye. Stop, you guys. Wrap this up. We should really get going. It's just a game, sis. Even, I promised Mom and Dad to get you home. The Queen! It's the Queen! Hey! Was that really necessary? Come on, hurry up! Now we really have to run! Wann hat die eine Kerze an ihrem Hut? Die Arzt ist wirklich sehr unik, ja. Odd, warte! Stay behind me, sis! We've got to run home and hide! Now! Ich find's schön, dass die Schwestern Odd and Even heißen. Ähm, okay. Schon die ersten Spinnengegner. Spinnenmaschinen. Ich bin nicht zwingend Spinnenmaschinen, aber... Ne? Sie sehen aus wie Spinnenbeine. chose das nicht so...? Schöne dir den Brot! clarification... Dann ist der mit unserer指en, welchen Brot. Dann wird die Steinmaschinen hier... Dann... Was ist das? Ah, it's an old crawlspace. Ja, Mann, das ist leiser stellen, die ist immer noch so unendlich laut. Das hat nichts gebracht. Ich muss sie leider ein bisschen unterbrechen, um das einzustellen, weil die gerade so laut redet. Nein, ich habe auf Nein gedrückt. Ich habe das Gefühl, es bringt einfach nichts, die Lautstärke einzustellen. Joy! Joy! Ich habe das Gefühl, ich kann es nicht unterbrechen. Happy Birthday. Oh, Even. Und ich habe ein Besuch für dich. Es ist so cute. Mach ein Wiss. Ja. 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 Und die Queen sagte, dass jeder Kind von zwölf Jahren diese Supremen Dice wird. Und so war es. Und so war es. Denn random ist fair, random prevale, und random rules. Random rules! Ja. Ja. Und die Queen selbst ist hier für deinen Specialen Dice. Jetzt riechen die Dice und schauen wir, was du wirklich bist. Es hat sich festgestellt. At least, sie wird ein Sixer sein. Even! Oh, stop! Stop es! And so, Vod's destiny kam zu leben bei der Seite der Queen in der Sixer's Palace. Well, it was said, all dreams came true. But Even's nightmare was just beginning. So, Trophäe, happy birthday willkommen. Ja, stimmt. Die Sechs und die Eins sind gar nicht nebenan. Er sind gegenüberliegend. Richtiger Betrugswürfel einfach. I'm going to find you, okay? Tell me where you are, Odd, to help me find you. Odd, I'm here, sis. I'm coming, Odd. Tophäe, ist das random? Ja, Odd. Ich hab das Gefühl, die sehen auch so ein bisschen aus wie Puppen. So ein bisschen geschnitzte Puppen. Ähm. Okay. Fünftropolis. Schläft sie in der Streichholzschachtel? Also, die Stimme vom Erzähler geht eigentlich. Aber die Dialoge sind einfach ultra laut. Oh, das ist das Menü. Dann aber wiederum, da es anscheinend keine, äh, keine Auswirkungen auf die Cutscenes hat. Kann ich das auch wieder ein bisschen lauter stellen. Und das ist der Erzähler wenigstens ein bisschen lauter. Aber ihr seid. Ein Portret von Anckel Jenks. Das war gesagt, dass er sie sieben oceanen hatte. Und dann wurde sie in VIII. Sie waren sehr gut. Eine Schilder von Frau Cordelia. Sie konnte alles in der Musik im Wundercroft spielen, das war beeindruckend, aber keine von ihnen, das war, wesentlich weniger beeindruckend. Eine Bildung von Großartig-Großig-Großig-Großig-Waters. Sie war die Frau, die verwendet hat xD 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 Und sie hat immer noch die Geschichte, die sie in ihren Schildern schlafen. Wunderschöne Geschichte von Daring Heroin und DASHING ADVENTURE. Sie hat sie nicht immer die Geschichte mit den anderen Welt. Die Geschichte könnte die Queen verletzten. Aber sie hat die Augen und die Ereinheit überall. So viele kleine Gespräche, wie man hier anklicken kann. So eine Sardinenbüchse einfach. Also ich kann zur Optik schon mal sagen, ich finde die gleichzeitig irgendwie seltsam, aber irgendwie mag ich die auch. Slenderman einfach, ja. So eine Sardinenbüchse einfach. So eine Sardinenbüchse. So eine Sardinenbüchse, die die Hügel anzuladen. Ah, da kann ich auch laufen. Und hier haben wir auch unser Tagebuch, unsere Karte. Wir können Märchenseiten finden und Karten und Nebenquests. Okay. Unser Märchenbuch noch. Ja. Und Karten haben wir nicht. Na gut, dann. Die Astrid Lindon. Oh, Darlene. Du hast versucht, deine Freundin zu finden, nicht wahr? Ich habe Angst, dass das Vergangenheit der Vergangenheit ist, Kind. Ah, die Sparke in deinem Augen sagt mir, dass du nicht überraschst. Ich erinnere mich, dass ich deine Zeit war. Und ich weiß, wie wichtig die Imagination sein kann. Okay, okay. Ich werde deinen Weg rauskommen. Aber nicht deine Eltern erzählen, dass du mich gesehen hast. Entschuldigung? Ich finde es übrigens super. Ihre Hände geben mir Frankie Vibes. So, also Frankie aus One Piece, der auch so einen Riesenkörper hat und dann so die ganz kleinen Händchen da, die aus seinen Roboterhänden rauskommen. Jenny, danke für 22 Monate Treue. Super geil von dir. So, und dann weiter dem Geist hinterher. Ja, bitte. Das war Wankroft. Das war Wankroft, der Welt, in der Eben und ihre kleine Familie leben. Wie alle Wankrofts, sie holen die Karten für die Fahrzeugen, die in der Nacht kamen und in der Nacht kamen. All diese Arbeit wurde gemacht, um ein Grund, das niemals zu verstehen. Die Königin willte es. Und niemand würde sie aufhören. Und das war genug für alle. Alle, alle, das ist, außer sogar... Kirito, danke für 6 Monate Treue. Super geil von dir. Finde den Geist. Okay. Dann schauen wir mal. Komm, Burn, just hit it. It's right there. He's trying, Lucky. Oh, shucks. Now I'm all out of potatoes. Ha, no breakfast tomorrow, and you couldn't hit the spot. Smooth going, Burn. But it wasn't my... What are you doing here, anyway? Yeah, Eben. Are your parents letting you out after dark now? Nein. Honestly, Eben. I gotta say, I'm impressed. Never thought you had it in you to break a precious rule. Don't be mean, Lucky. I'm not mean. That was a compliment. I think you're cool, Eben. Even if you should listen to your parents more. My parents say listening to them is the coolest thing of all. Okay. You guys are so touchy. Why are they at all here? I couldn't sleep. My 12th birthday is coming up. Mine too. Gonna get to roll the dice when it comes. I'm gonna be a sixer. I know it. I'll be saying bye to all you bloobs and hi to the riches of Sixtopia. I'm not a bloob. I'm a star. My mom says so. I'm not a bloob either. What's a bloob? You're getting a load of these bloobs, Eben. Well, that's just her bad luck. Not the sort of thing I've ever had to worry about. Really? How come? Because my name is Lucky. And you meant how come even thinks it didn't work out, Lucky? Oh, that's mysterious. I love mysteries. Have fun with your cool mystery, Eben. See you later. So, wo kann ich jetzt hinziehen? Auf die Dinge? Okay. Cool. Ich hab's stuff kaputt gemacht. So. Da geht's nur zu meinen Eltern, glaub ich, zurück, ne? Nee, gar nicht. Nee, doch. Nee, gar nicht. Ich bin noch grad an Astrid vorbeigekommen. Aber hier ist nicht Astrid. Und da bin ich für den Hinterhausgang gegangen. Bin in den Hinterhausgang gegangen. Ah. Ja. Okay. Dann hier hinten weiter. da kam ich ja ja stimmt da bin ich hier hochgegangen und war hier bei den kindern eventuell dann einfach weiter hier lang das hat das feld wo die standen darunter fallen kann ich hier sie muss ich die treppe nehmen leiter ford er habe ich das gerade nicht getroffen ich habe mittlerweile mehr keine ahnung wo ich herkam habe mich schon verlaufen muss am nebel liegen weiter auf die suche da kommen wir nicht hin also ich hier lang also hier auch die karte jetzt sehe ich das ein bisschen besser die teekannenstraße und da ist einfach nur evans zu hause so 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 so